Null Sterne Deluxe, Folge 82 Omi, brauchst du keine Tipps von angesagten Sterneköchen oder hippen Foodbloggern, sondern praxisnah und bodenständige Hilfe. Ohne Schnick und Schnack. Und hier ist dein Gast. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, wir sind Laura und Robin von FitFood und du hörst Null Sterne Deluxe, den leckersten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema Boeuf Bourguignon. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Laura und Robin, denen ihr bei Instagram unter dem Account FitFood folgen könnt. Laura und Robin von FitFood Rezepte, beide ursprünglich aus dem Saarland, wohnen erst seit ein paar Jahren in Trier. Die beiden kochen super gerne und beschäftigen sich schon länger mit gesunder Ernährung, Inhaltsstoffen und allem, was dazu gehört. Da Ernährung so große Auswirkungen auf unseren Körper und unsere Gesundheit hat, möchten die beiden mit ihrem noch recht neuen Instagram-Blog auch andere dazu bewegen, frisch und ausgewogen zu kochen und vor allem zu zeigen, dass gesund kochen keinesfalls etwas mit Verzicht zu tun hat. Auf ihrer Seite findet ihr deshalb täglich neue, leckere und einfache Gerichte, die jedermann nachkochen kann. Und da ich in der Thematik Fitness nicht ganz unbewandert bin, kann ich sagen, dass das, was dort in aller Instagram-typischen Knappheit präsentiert wird, absolut Hand und Fuß hat und auch mit falschen Fitnessmythen aufgeräumt wird. Den Link zu ihrem Account und die genaue Schreibweise findet ihr, wie immer, in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von 0 Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.0sternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Denn du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.0sternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Hallo ihr Lieben. Folge 79 dieses Podcasts ist noch gar nicht so lange her. Und da habe ich euch das Rezept für ein ursprüngliches ungarisches Perkult, beziehungsweise, wie wir sagen würden, für ein ungarisches Gulasch vorgestellt. Das Boeuf Bourguignon, um welches es in der heutigen Folge gehen soll, ist, wenn ihr so wollt, die französisch-burgundische Art, dieses Schmorgericht zuzubereiten. Es kommt im Vergleich zur ungarischen Variante ein wenig opulenter daher, da hier standardmäßig neben einer kräftigen Weinnote auch Pilze und eine im direkten Vergleich zumindest größere Anzahl an Gewürzen und auch eine ordentliche Portion Speck verwendet wird. Wenn das ungarische Gulasch der Viehhürde unter den Schmorgerichten ist, dann ist das Boeuf Bourguignon, also der Dorf Pfarrer der Gulaschvarianten und der Freud euren Gaumen, also mit etwas anderen und vielleicht komplexeren Aromen. Die Zubereitung des Boeuf Bourguignon ist übrigens so charakteristisch, dass man auch ganz andere Gerichte à la Bourguignon zubereitet und damit ist gemeint, dass man also auch andere Fleischgerichte auf Burgunder Art zubereitet, also mit viel Wein, Speck und Pilzen arbeitet und so eine Aroma-Bubble bildet, die an den Ursprung, das Boeuf Bourguignon, stark angelehnt ist. Das Gericht war zeitweise so populär, dass man die Zubereitungsweise eine Zeit lang auch à la Mode nannte. Und an dieser Stelle grüße ich die bayerischen Zuhörer von Null Sterne Deluxe, kochen aber lecker, denn das bei euch beliebte Gericht Boeuf Lamotte ist eigentlich ein Boeuf, also Französisch für Rind, das der damaligen Zubereitungsmethode entsprach, also ein Boeuf à la Mode war. Oder, wie ihr Banausen es dann ausgesprochen habt, das Boeuf Lamotte. Schaut mal im Rezept von eurer Oma nach und ihr werdet sehen, dass ihr den Speck und natürlich auch den Rotwein im Rezept wiederfindet, doch eigentlich ungewöhnlich für eure Region, also zumindest der Wein. Und jetzt wisst ihr, wo es herkommt. Diejenigen von euch, die sich im Superman-DC-Universum auskennen, haben vielleicht auch schon mal von einer Variante gehört, die Louis Lane ihrem Clark Kent serviert, nämlich Beef Bourguignon. Natürlich stilecht mit Ketchup. Das ist dann immer wieder mal in den Comics aufgetaucht und wurde später sogar zum Codewort zwischen Superman und Louis Lane, wenn er ihr mitteilen wollte, dass alles in Ordnung sei. Und das finde ich sehr passend, denn mit Schmorgerichten im Allgemeinen und insbesondere mit einem gut gemachten Beef Bourguignon ist die Welt ganz einfach in Ordnung. Ein echter Seelentröster, dieses Gericht. Ich selber klebe nicht stur an traditionellen Zubereitungsweisen, muss aber gestehen, dass ich prinzipiell ein Freund davon bin, Gerichte so zuzubereiten, wie sie ursprünglich gedacht waren. Und daher würde ich persönlich Abstand von modernen Beef Bourguignon-Rezepten nehmen, bei denen das Fleisch nicht, wie vorgesehen, 24 Stunden mariniert wird. Na klar, wenn ich von Einlegen, Einweichen und Marinieren in meinen Rezepten spreche, habe auch ich immer die Befürchtung, dass viele glauben, sie könnten solch zeitaufwendige Gerichte nicht in ihren Alltag integrieren und dann gibt es eben doch wieder nur ein Pastagericht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist das Marinieren von Fleisch ja in jedem Rezept höchst simpel und benötigt nur wenige Minuten Zeit. Und während der Marinierdauer macht uns das Fleisch ja dann auch überhaupt keine Arbeit mehr. Ihr könnt also wunderbar das Fleisch marinieren und kühlstellen und dann trotzdem euer Pastagericht zaubern. Nur eben dann mit der Vorfreude, dass da im Kühlschrank eine Kostbarkeit liegt, die euer Essen von morgen sein wird. Ist doch super, wenn man vorbereitet ist. Und schließlich bieten sich unsere Wochenenden doch für tolle Schmorgerichte an. Wer das Fußball- und Balletttraining seiner Kinder organisiert kriegt, es aber nicht schafft, sein Essen einigermaßen zu planen. Mal im Ernst, was gibt es denn Wichtigeres als Gesundheit und Zufriedenheit, die man sich in der eigenen Küche zaubern kann? Aber wir wollen doch ehrlich zueinander sein. Dann möchte ich euch gegenüber auch so ehrlich sein und sagen, dass ihr neben der Marinierdauer natürlich auch eine Schmorzeit einplanen müsst. Und diese ist, weil die Fleischstücke beim Boeuf Bourguignon ein wenig größer geschnitten werden als bei einem ungarischen Gulasch, auch länger. Ich würde sagen, zwischen drei und vier Stunden könnte sie liegen. Und das ist dann auch kein Essen für unter der Woche mehr. Und eigentlich auch kein Essen für eine Standardfamilie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Nein, dieses französische Schmorgericht ist etwas Besonderes und damit auch für einen besonderen Anlass am besten geeignet. Also für einen Tag am Wochenende, an dem ihr Gäste habt. Wie bei allen Schmorgerichten möchte ich diejenigen von euch, die einen Dutch Oven besitzen, auch daran erinnern, dass Schmorgerichte prädestiniert sind, um draußen in Ruhe bei gemütlicher Beobachtung und etlichen Flaschen Bier zubereitet zu werden. Aber selbstverständlich geht es auch wunderbar in einem Schmortopf auf dem heimischen Herd, wenn man es aushält, dass dieser wunderbare Duft nach Gewürzen, Fleisch und Wein sich verheißungsvoll durch die Wohnung verbreitet. Und es aber noch dauert, bis das Fleisch traumhaft zart geworden ist. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. An Tag 1 eurer Zubereitung, also für das Marinieren, benötigt ihr, damit es für 4 Personen gut reicht, 1 kg Rindfleisch aus dem Rindernacken oder Rinderhals, eine Flasche kräftigen Rotwein aus dem Burgund oder aus der Neuen Welt, 2 Lorbeerblätter, 1 Sternanis, 1 Zwiebel, 1 Nelke, je 1 Zweig Rosmarin, Thymian und Majoran. Ersatzweise, wenn ihr keine frischen Kräuter bekommen könnt, je 1 Teelöffel getrocknete Kräuter davon, 1 Teelöffel schwarze Pfefferkörner, 3 Knoblauchzehen. Wenn ihr gerne mal Hamburger grillt und die Fleischpattys selber durch den Wolf dreht, dann wisst ihr sicher, dass Rindernacken dafür perfekt geeignet ist, da manche Fleischgerichte und da gehören gute Burgerpattys definitiv dazu, einfach ein Fleisch brauchen, das einen ordentlichen Fettanteil hat. Genau das brauchen wir bei diesem Schmorgericht auch, da das Fleisch sonst bei zu langem Schmoren trocken werden könnte. Niemand kommt ernsthaft auf die Idee, ein Schmorgericht mit magerem Rinderfilet anzusetzen oder das Gewebe im Rindernacken wird beim langen Schmorprozess sein Kollagen in Gelatine umwandeln, was der Soße Bindung und Struktur verleiht. Es ist für das Gelingen unserer Soße also sehr wichtig, dass ihr nicht irgendein mageres Stück nehmt, weil ihr glaubt, eurer Figur damit etwas Gutes zu tun. Schneidet das Fleisch als erstes in Würfel, die durchaus größer als beim Gulasch sein sollen. Das fängt bei einer Kantenlänge von 3 cm bitte erst an und darf bei einer Länge von 7 cm enden. Vermutlich müsst auch ihr zu Hause einen Kompromiss zwischen großen und kleinen Mündern machen und dann sind 4-5 cm Kantenlänge der Würfel vermutlich für alle vertretbar. Zumal das Fleisch nach der Schmorzeit so butterzart sein wird, dass ihr es mit der Gabel zerteilen könnt. Anschließend gebt ihr bitte einfach alle genannten Zutaten in eine große Schüssel oder einen Gefrierbeutel und lasst dem Fleisch bis zum nächsten Tag Zeit, alle Aromen in sich aufzusaugen. Und das war auch schon die ganze Arbeit beim Marinieren. Gestattet aber noch ein paar kurze Worte zum Wein, den ihr verwenden solltet. Letztlich ist nur wichtig, dass ihr einen kräftigen Rotwein verwendet, damit unser Gericht nachher die notwendige Power hat. Traditionell verwendet ihr dazu einen französischen Burgunder oder auch Beaujolais. Denn diese Weine kommen aus der Ecke, aus der auch unser Rezept stammt. Ihr könnt aber genauso gut einen kräftigen Wein verwenden, wie er in der sogenannten Neuen Welt erzeugt wird. Mit Wein aus der Alten Welt ist grob gesagt Wein aus Europa gemeint. Das sind Weine aus klassischen Weinbauregionen, in denen eine gewisse Tradition vor allem auch bei der Weinherstellungsweise vorhanden ist. Mit Weinen aus der Neuen Welt sind dann eben Weine aus Nord- und Südamerika sowie Südafrika, Australien und Neuseeland gemeint. Ihr könnt also ein bisschen variieren und werdet schon das Richtige finden, auch wenn ihr keine allzu großen Weinkenner sein solltet. Für den nächsten Tag, an dem wir unser Boeuf Bourguignon dann final zubereiten werden, besorgt ihr bitte Nochmals 3 Knoblauchzehen, 20 Gramm Butter, 6 Esslöffel Mehl, 6 Esslöffel Pflanzenöl, eine Dose ganze Tomaten, einen Teelöffel Zucker, 2 Cl, also ein Schnapsglas voll, Cognac und 2 Teelöffel Speisestärke. Ihr werdet vermutlich überrascht sein, wie wenig jetzt noch zu tun ist, um unser Boeuf Bourguignon zuzubereiten. Ich bin nicht der größte Mathematiker, aber beim Kochen mag ich es gern, Dinge vor die Klammer zu ziehen. Also Dinge, die man später erst braucht, bewusst vorher zu Ende zu bringen, wenn die Qualität dadurch nicht leidet. Und genau das schlage ich euch jetzt für unsere Champignons vor, denn die werden wir erst am Ende der Zubereitung benötigen. Wir lassen sie ganz bewusst nicht während der Schmorzeit im Topf, da sie ansonsten zu stark unsere rotweinhaltige Soße aufsaugen würden und dadurch optisch zu unansehlich werden würden. Dennoch können wir sie bereits jetzt in eine Fassung bringen, die es uns ermöglicht, sie am Ende ohne Aufwand dem Essen hinzuzufügen. Putzt und wascht die Champignons bitte dafür. Falls sie nicht klein genug sind, um nachher einfach in euren Mund zu gelangen, könnt ihr sie jetzt bereits halbieren. Gebt die Pilze anschließend mit den 20 Gramm Butter in eine Pfanne und schwenkt sie ein wenig in der erhitzten Butter. Das ist schon alles. Kein Salz, kein Pfeffer, kein gar nichts. Ihr könnt diese Herdplatte jetzt auch schon wieder ausmachen und alles erkalten lassen. Im nächsten Vorbereitungsschritt nehmt ihr das Fleisch bitte aus der Marinade, welche ihr unbedingt auffangen müsst. Vielleicht mit Hilfe einer Schüssel und eines Nudelsiebes, denn wir werden das Fleisch nachher in der Marinade schmoren, weil sie eine perfekte Soßenbasis darstellt. Da wir die Fleischstücke vor dem Schmoren gleich noch anbraten müssen und wir starke Spritzer dabei vermeiden sollten, euren Händen und eurem Fliesenspiegel in der Küche zuliebe, empfehle ich euch, das Fleisch gut mit Küchenkrepp abzutupfen, damit es äußerlich trocken ist. Dabei könnt ihr die sinnlich lila-violette Färbung bewundern, die das Rindfleisch durch das Marinieren angenommen hat. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen lila und violett oder ist das wie mit Violine und Geige? Ich weiß es nicht, aber ich kann mich ja auch wirklich nicht um alles kümmern. Ihr könnt ja auch mal googeln, aber by the way, da fällt mir eine Geschichte aus meiner Ausbildung ein. Entschuldigt bitte, das ist jetzt irgendwie off-topic, aber bei lila und violett und Geige und Violine musste ich gerade daran denken. Stellt euch vor, dass ich in einem kleinen Einzimmer-Appartement sitze und mit Angstschweiz im Nacken für die anstehenden Klausuren lerne. Als Gregor. Nennen wir ihn Gregor. Mein Zimmerbetritt. Gregor war so ein Typ, der optisch jetzt vielleicht nicht so auf Platz 1 der bestaussehendsten Frauentypen gelandet wäre. Und das war ihm auch scheißegal. Seine Intelligenz war gepaart mit einer unglaublichen Naivität, was das andere Geschlecht anbelangte. Und neben einer etwas unsportlichen Figur mit zu viel Bauchansatz für sein zartes Alter von vielleicht 20 Jahren, war die Eigenart, unter seinen Hemden diese klassischen Herrenunterhemden mit Feinripp und tiefen, runden Ausschnitt zu tragen, die sich dann auch noch so mega darunter abzeichneten, für mich immer ein Zeichen, wie groß sein Selbstvertrauen war, beziehungsweise wie vollkommen unbedarft er hinsichtlich seiner Wirkung auf das andere Geschlecht war. Kurz und knapp. Er war also der Typ, no sex, no girlfriend, no nothing. Aber ich mochte ihn, denn er war fast immer gut gelaunt. Offen, ehrlich und ein herzensguter Typ. Es soll also nicht böse klingen, wie ich ihn eben beschrieben habe. Er war halt einfach, naja, nicht der Typ, mit dem ich mich über Frauen unterhalten habe. Sagen wir mal so. Und eben dieser Gregor kam also mitten im Klausurenstress, bestens gelaunt in mein kleines Zimmer, baute sich in meinem Rücken auf und fragte mich mit seiner immer lauten und leicht glucksenden Stimme. Du Damian, ich muss dich nur schnell was fragen. Wieso heißt das sexuell eigentlich Blasen? Oder ist das wie mit Hackfleisch, das ja eigentlich auch Gedrehtes heißen müsste? Also, echt Leute, ich musste mich erst einmal kurz sammeln bei der Frage, weil die so gar nicht zu meinem Außenwirtschaftsrecht passen wollte, was ich gerade vor mir auf dem Tisch hatte. Und hatte Gregor jetzt tatsächlich etwas mit sexuellem Kontext gefragt? Und war da was mit Hackfleisch? Aber es war ja nicht irgendwer, der da hinter mir stand und diese absurde Frage stellte. Und so dachte ich nochmal nach. Hackfleisch wird ja tatsächlich nicht gehackt, sondern gedreht. Und analog zum Thema Blasen? Ja, Gregor, wenn ich so darüber nachdenke, du hast ganz recht. Gut, meinte er nur und war genauso schnell wieder aus meinem Zimmer verschwunden, wie er reingekommen war. Und ich weiß noch, wie ich auf die zwei Dosen Dosenbier auf meiner Fensterbank starte und eine Weile brauchte, um mich wieder auf meinen Lernstoff zu konzentrieren. Entschuldigt bitte, liebe Koch-Rookies, ihr wolltet ja was über Böf-Bourguignon hören und nicht sowas. Aber das kam ja gerade so, äh, auch wieder schlechte Wortwahl. Kommen wir also zur Erotik in Töpfen oder wieder ganz nüchtern, mathematisch formuliert, zum Teil in der Klammer, also zum Hauptteil. Und dazu brauchen wir nun einen Schmortopf. In diesem könnt ihr drei Esslöffel Öl erhitzen, in welches ihr die 10 bis 12 kleinen Schalotten gebt. Natürlich, nachdem ihr sie geschält habt. Das Ganze ist aber zum Glück eine tränenlose Geschichte, da ihr die Schalotten tatsächlich nicht schneiden oder würfeln müsst. Es ist wirklich gewünscht, dass sie als Ganzes in der Soße mitschmoren. Und insofern ist es ganz gut, wenn ihr möglichst kleine Schalotten einkauft. Also, nur die äußere Haut ab und dann rein in das erhitzte Öl. Ich würde sagen, es reicht, wenn ihr die Zwiebeln so für drei Minuten darin anschwitzen lasst. Und ihr könnt jetzt die 125 Gramm Speck hinzugeben. Während Speck und Zwiebeln nun eure Küche mit diesem Aroma füllen, das so unvergleichlich nach einem sonnigen Sonntag duftet, gebt ihr bitte alles, um diesen olfaktorischen Höhepunkt noch weiter zu steigern, indem ihr die drei Knoblauchzehen schält und einfach in dünne Scheiben schneidet, welche ihr ebenfalls in den Topf gebt. Ich liebe diesen Duft und er entspannt mich tausendmal mehr als all diese Aromatherapieöle, die man so kaufen könnte. Und euch, euch geht es doch ähnlich, oder? Sonst würdet ihr keine Podcasts übers Kochen hören. Kurz bevor unser Knoblauch zu viel Hitze abbekommt und dadurch braun und dann bitter würde, nehmt ihr bitte unser Zwiebelspeck-Knoblauch-Wohnraum-Duftgedöns aus dem Topf heraus und stellt es kurz beiseite. Es ist nun Zeit, unser mariniertes Fleisch anzubraten. Bevor ihr es in den Topf und das restliche Fett darin gebt, könnt ihr aber nochmal drei Esslöffel Öl in den Topf hinzufügen und das Fleisch in etwas Mehl wenden, sodass es wie bestäubt wirkt. Gebt jetzt das Fleisch portionsweise in den Topf und bratet es in mehreren kleinen Portionen rundherum kräftig an. Das Mehl am Fleisch wird dabei recht schnell eine feste Kruste am Boden eures Topfes bilden und es könnte bei euch der Eindruck entstehen, dass das so doch nicht gemeint sein kann und ihr entweder was falsch gemacht hättet oder ich es einfach falsch erklärt hätte. Aber das genaue Gegenteil ist der Fall, denn da unten am Boden eures Topfes entsteht gerade eine tolle dunkle Farbe für eure Soße und auch wenn es erstmal nur angebranntes Mehl in euren Augen ist, da passiert bereits auch geschmacklich etwas. Wenn alle eure Fleischwürfel kräftig angebraten sind, sorgen wir auch schon dafür, dass sich das Mehl am Topfboden wieder löst, indem wir die komplette Marinade dazugießen, da wir ja zum Schmoren noch Flüssigkeit benötigen. Lasst die Marinade ruhig einmal aufkochen, damit sich wirklich alles am Topfboden lösen kann und das Mehl wird neben Farbe und Geschmack, weil es eben angeröstet ist, nun noch eine dritte Funktion für unsere Sache entfalten und zwar stellt es eine erste Bindung her. Und wenn es in eurem Topf schön brodelt, könnt ihr mit einem Pfannenmesser oder dem Kochlöffel ein wenig über den Topfboden schaben, um das angebrannte Mehl wieder zu lösen. Und dann beginnt auch schon die entspannte Schmorzeit, in der ihr euch um nichts mehr kümmern müsst und das Fleisch immer zarter und zarter wird und zwar von ganz allein. Gebt noch schnell den Inhalt der Tomatendose in die Soße und zerteilt die Tomaten mit einem Kochlöffel in kleine Stücke. Gegen die Säure in den Tomaten fügt ihr bitte jetzt einen Teelöffel Zucker hinzu und reduziert jetzt einfach die Hitze im Topf. Bei mir eine 3 von 10 und würzt die Soße schon mal kräftig mit Pfeffer und Salz. Ach ja, die Zwiebeln, der Speck und der Knoblauch sollten jetzt auch wieder in den Topf zurück. Jetzt bitte noch einen passenden Deckel auf den Topf, der nicht unbedingt zu 100% schließen muss und dann für, ja, wie lange eigentlich? In den meisten Rezeptangaben in Kochbüchern und im Internet findet ihr vollkommen unrealistische Zeitangaben fürs Schmoren. Es sind dann geschönt ausgedrückt die Mindestgarzeiten und ich glaube, man macht das, weil 3 Stunden Schmorzeit irgendwie abschreckender klingt als 1,5 Stunden. Was ich übrigens gar nicht verstehe, denn während des Schmorens brauche ich ja gar nichts zu tun und könnte auch spazieren gehen oder Fernsehen gucken oder whatever. Naja, ich habe jedenfalls keine Lust, euch hier unehrlich zu kommen und man muss ja auch sagen, dass die Fleischstücke, wenn man sie denn nach Rezeptangabe schneidet, relativ groß sind und also länger brauchen werden als bei einem klassischen Gulasch. In den meisten Rezepten findet ihr tatsächlich eine Angabe von 1,5 Stunden dafür. Das ist Bullshit. Es sei denn, ihr kaut extrem gerne auf zähem Fleisch. Wenn es so butterzart sein soll, dass ihr die großen Stücke mit einer Gabel mühelos zerteilen könnt und das Fleisch in eurem Mund nur so dahin schmilzt, dann gebt dem guten Fleisch bitte 2,5 bis 3 Stunden Zeit, um perfekt zu schmoren. Wenn die Schmorzeit von 2,5 bis 3 Stunden dazu geführt hat, dass euer Fleisch jetzt butterzart geworden ist, geben wir unserem Boeuf Bourguignon noch den letzten Schliff. Und keine Angst, das geht ganz schnell. Erinnert ihr euch noch an unsere Pilze, die wir in der Butter geschwenkt hatten? Die könnt ihr jetzt mitsamt der Butter in die Soße geben. Die Soße hat über das Mehl schon eine feine Bindung erhalten. Aber für meinen Geschmack darf das ruhig ein wenig sämiger werden. Wie in vielen anderen Folgen kriegen wir das ganz leicht über Speisestärke hin. Aber ich finde, dieses Mal könnten wir das Ganze mal etwas raffinierter anstellen. Was meint ihr? Obwohl wir ja schon eine Menge Rotwein in unserer Marinade verballert haben, verträgt unsere Soße nämlich noch eine hochprozentige Spezialität aus Frankreich. Und das wären 2 Centiliter, also ein Schnapsglas voll Cognac. Anstatt unsere 2 Teelöffel Speisestärke wie üblich in kaltem Wasser anzurühren, ersetzen wir diesmal einfach Wasser durch Cognac. Rührt die Speisestärke in den Cognac und gebt diese Mischung dann einfach als Geschmacksbooster in die Soße. Das Ergebnis ist einfach umwerfend komplex. Ich gebe ja zu, dass dieses Rezept für Kinder und alkoholgefährdete Menschen eher nicht geeignet ist, weil Kinder den Geschmack von Alkohol eher nicht schätzen. Und Menschen mit Alkoholproblemen einfach keine Rezepte nachkochen sollten, in denen selbst geringste Mengen Alkohol verarbeitet wurden. Aber für alle anderen tut sich hier eine sehr bombastische Aromenvielfalt auf. Cognac und die Butter von unseren Pilzen sind ein Dream Team. Der Rotwein ist gewissermaßen die Wirbelsäule unserer Soße und gibt all den anderen Aromen wie Knoblauch, den Kräutern und den ganzen Schalotten quasi ein Gerüst, an dem sie sich festhalten können. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass die Zubereitungsmethode mit viel Wein, Speck und Pilzen den Namen aller Mode bekommen hat. Und es liegt auf der Hand, dass so etwas nur geschieht, wenn viele Genussliebhaber übereinstimmend zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass dieser Geschmack einzigartig gut ist. Und was soll ich sagen, liebe Koch-Rookies, ich hätte mir nicht vorgenommen, euch eine Folge zu diesem französischen Küchenklassiker zu präsentieren, wenn ich nicht selbst auch dieser Meinung wäre. Für alle Liebhaber unter euch von etwas leichteren und schnelleren Rezepten, die man auch unter der Woche easy zaubern kann, habe ich in 14 Tagen wieder ein Gericht aus der Low-Carb-Ecke hervorgeholt, das wirklich schnell und einfach geht und trotzdem eine 100 auf der 0-Sterne-Deluxe-Punkte-Skala hinlegt. Also bleibt diesem Podcast treu. Abonniert diesen wohlschmeckenden und wohlklingenden Podcast sofort in eurer Podcast-App, wenn ihr es immer noch nicht getan habt. Verpasst ihm eine ehrliche Bewertung bei Spotify und auch bei Apple Podcasts und erzählt euren Freunden, womit ihr die letzten Minuten so lecker verbracht habt. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie die letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll, denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast.